Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir eine Draw Challenge und wir haben jetzt hier schon mal ein paar Zettel vorbereitet. Ja, und die werden wir abwechselnd vorlesen und dann auch abwechselnd aufschreiben auf den Zettel. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Zettel. Das Insta-Longogo. Fertig. Okay. Warte. Ja. Aha, jetzt ist es besser. Okay, was findet ihr besser? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach Jan oder Maxi in die Kommentare und wir werden dann in der nächsten Draw Challenge aus, wer die meisten Kommentare für den Namen gemacht hat. Das fand ich ganz besser, aber weil ich schneller war, krieg ich einen Punkt und er auch einen Punkt, weil er schöner gemalt hat. Also steht es 1 zu 1 da. Nun zur zweiten Challenge. Ich habe einen Titel gezogen. Eigendes Gesicht. Das ist einfach. Stopp. Maxi fängt an. Mein Stift ist weg. Mein Stift ist weg, deswegen kriegt Maxi einen Punkt, ja. Und das ist schon ein gemeinter Bauch. Welches seid ihr? Für meins oder für Maxis? Yeah, voll das Geile A. Okay, das nächste Wort. Stopp, 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 stopp. Male einen Monster. Stopp. Hab ich auch schon mal sofort geladen. Stopp. Stoppen. Die Monster. Das sieht aus wie Spirne. Das ist in Deutschland voll wie dein Bein, oder? Okay, bewusst. So langer Körper. Das ist bescheiden, oder? Also. Hey. Du warst schneller, ich krieg anfängt. Dann krieg ich anfängt. Ach, ich spür. Du meinst ist aber besser. Wegen, Junge. Baby, das beim Essen kleckert. Stopp. Stopp dich. Maxi fängt an. Also. Ich hab hier jetzt ein wenig gemalt. Das ist... Stimmt ab. Schreibt Jan unter die Kommentare. Und im nächsten Video zeigen wir dann, wer... Besser war. Ja. Und wer es ohne hat. Und der, der Verlierer... Der, der der Verlierer war, der kriegt dann... Ähm... Die Strafen. Ich weiß jetzt noch nicht, dass wir uns die Strafen nehmen können, ne? Aber... Ja. Müssen wir uns noch überlegen. Wir machen jetzt ein weiteres Video für euch. communauter EMICHT und keineULL